ARD Text im Auftrag von Funk Ach wieder so unnötig gestorben Ach der Krux Alter was ist denn das für ein Heslern? Jetzt füsch mal durch, füsch mal links durch Ja ja Jetzt kann laden die dann hinter mir Mitte ist Gideon am Tower Ich geh Mitte, ich geh Mitte Geh mal kurz rüber in die Mitte Nee warte, bleib du rechts, bleib du rechts Bleib mein Brot rechts So, Tower ist weg Nice Und jetzt zieht ihr in die Mitte Jetzt zieht ihr mit in die Mitte Genau, der ist nämlich noch da Warte Rudi, ich muss zurück, du bist alleine Ich hab keine Energie mehr Hau lieber ab Komm fäng mal, wenn du den Gideon unfragst Warte mal, hab ich alles da? Alles breit Wo ist der? Den nicht Ah nee Der muss ein Wart gehabt haben Der ist direkt zurückgegangen Ja, er hat ein Wart gehabt Ich hab nur mal so gesehen, den Wart Schade Ja, passt Ich bleib erstmal kurz in der Mitte, helf dir rechts dann G Girls Hm, muss kurz her Bier das Camp, wenn's da ist, ja Oh, wir machen gleich Mitte den Turm pref merde Komm, lauf klauf 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 Äh ich bin gerade nicht mit euch, ne Ja, aber guck's Der Turm ist aufgeodie Ja der hört dich ja nicht. Naja aber er ist da. Aber ich. Aber ich bin da. Nice. Und tschüss Tom. Nice. Ist er weg? Ja. Good play. So. Nächster Ding ins Harvestor. Hinter uns. Rups. Geht im Jungle. Geht nach links. Ist jemand links? Nee. Gut. Nee. Noch nicht. Ich bin grad rechts im Jungle. Richter geht jetzt wieder zu euch in die Mitte, glaub ich. Was er macht. Ob er mit Anschleifung ist. So. Richter ist oben. Hier kommt man rüber. Ach der ist. Der kommt ja rechts rüber. Scheiß Tom. Jetzt kommt man zu fünft. Jetzt kommt man zu fünft. Pushen. Gleich. Geht ihr euch? Ja. Ja. Probier. Guckt ab. Jawohl. Jo. Jo. Guck. Guck. Ja ich ging dir Mobile gappli. JungADEceğim. Guck malมา. Tromm mits beimaggio. Boah, gpt durch. Ja, komm durch. Guck.inex. Ja nice. Ja komm noch die Videos. Das könnt ihr nicht treffen alder. Nee. Steinformatik mach.. Zurück ziehen oder? Nein, nein wir sind nach je zu fünft. Wir sind auch hier zu fünf. Und nicht auflösen. Nicht die Formation auflösen wenn wir zu fünft sind. Das wird gefährlich. Wenn der gerade nirgends anders. da kommen wir gleich durch. es gibt es nicht mehr oh scheiße direkt ulti direkt ulti dass der mann ultis zieht ich kann ich kann ich bin hinter dir laufend gleich kalari aber ich bin direkt hinter ja naja ich wollte gerade noch springen ich wollte gerade noch pot er kommt alle beide also hätte ich mal doch wäre ich mir darauf ort der krux aber hau ab da ich hab nix mehr keine fähigkeit ja geht zum sammler ja kalari habe ich probiert sicherlich unzichtbar nein geht zum sammler oder ich gehe ich gehe brauchst du noch ja naja nicht mehr fülle ich brauche nicht mehr viel was krieg ich hin ja das mit murdoch läuft schon ich sterbe manchmal ein bisschen unnötig weil ich war gestern dass ich kein escape habe reichts oder muss ich noch mal ein ja reicht 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 ja rechts sind sie am ding jetzt ja ich bin auch rechter komm lauf mal bis sie schon über den jungle gehen oder ich gehe von hinten geht immer ruhig daran ich spreche es hier vorne damit er mich sieht ich bin hinter ihm eine haute kreiber ab das kommt noch ein bisschen das ist kein toben der den hätten kann kein toben der ihnen helfen kann der stirbt das war jetzt ja sauber das war trotzdem sind er hätte seine ulti jetzt nicht verschwenden müssen naja ich wollte auf nummer sicher gehen ja dass auch ich den kill kriege so lasst uns mitte gehen und mitte pushen die minien sind an unserem turm dran ja ab durch den jungle mitte ja die haben hier genug zu tun schön die minien schon ein bisschen vorbereiten ich setze mal ein wort hin gleich hauptkugel oder was ich setze mal ein wort hin dass die saubern die durch den jungle herkommen ist immer gut ich hab mir das mal ich mach das mal ich mach das mal ich mach mir mal hier mit meinem Lebensraum zack alle haben hier jeden toben schon platt gemacht die ersten das ist ja geil na komm Krugs komm hol mich doch komm wo willst du hin äääh hinter uns hinter uns Victor hinter uns Victor mal zu mir ich habe schon ausgestellte meine männer fallen und er ist doch weil er uns alle kanalista ja ist aber gestorben ich muss abholen die talage geht schon meine richtung ich muss weg schützt dich wenn die auf dich drauf geht mache ich meinen ding dann bleibst du einfach stehen wenn das zeichen über dich kommt dann versuche ich durchzupacken damit ist es dann auch schon zum tun da kommt die kommt die kommt die kommt auch von wo bleibt stehen bleibt stehen ich hab's da abgelenkt ich hab's abgelenkt jetzt hat auch rudy das problem jemand zurück die ist doch ganz lieb die kleine lasse doch ein bisschen ich habe ein paar flammdinger um meinen arsch rum und ich glaube ich habe euch nach ne im jungle die laufen jetzt rechts so ein bisschen rum ich glaube die wissen was ich vor allem die sind hier machen lass uns mal den bach machen ich bin rechts grad am harvester weil ich mir den blubuff mal schnell snacken weiter ich weiß ich brauche irgendwie mit genau immer blubuff ich wieso nicht ja ich brauche mit 24 hier los was los sind zuviert sind zuviert bei euch jetzt sehen sie mich wieder ich weiß es kommt jetzt nicht wenn ich da rein springe oder ich komme nicht weg ich bin zwischen denen ich komme mit schaffen wir das hier sind ohne leib digger weißt du was ich mit dem mitschraus haben okay ich habe mich nicht 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 weg ich war ein bisschen zu spät sorry ich dachte jetzt da sind mehr lowlife weißt du dann hätte ich da rinknallen können wäre kein problem gewesen aber die hatte sie halt ihr habt ja gar keinen getötet ich dachte wenigstens kriegt so ein zwei aber nein das kann ich vergessen jetzt gehen sie rechts erst mal defen weiß ich ja links müssen sie hoch defen guck mal an ja naja habe ich ja damals vorhin schön vorgepusht hab ich ja damals damals am anfang des games die haben die mich das war ihr fehler die haben mich da richtig schön in ruhe gelassen drüben auf der land deswegen könnte ich schön nachleveln ich glaube die kommen von hinten victor kommt jetzt in der mitte nieder ja ich bin gerade im jungle drin oder ich mache gerade ein camp ich meine eigentlich nur weil ich in der mitte war aber auch gut achso ich habe hier alles gerade weggeknallt ich bin im jungle bleib ruhig stehen ich habe noch nicht ein tower von uns kaputt gemacht wer ist ja die sind zu zweit war mal kalari geht recht links in jungle rein und rückte aus in der mitte war das richtige ja 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 ich das da der kommt der kommt von hinten der kommt von hinten kommt der knallt seine ulti ist ja bescheuert gott ist jetzt schon zusammenbleiben wie gesagt ihr müsst mich halt wirklich primär schützen ich habe keinen ich habe keinen schutz wenn die mich einmal an und krux kommen oben oben im jungle das wäre doch noch ein paar kappen punkte von drückter von vorne doch muss ich wieder unklug machen wenn man das match verlieren wir hier waren mal hier links 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 helfen helfen hätten links da kommt krux die falsche laufen das ist gut der soll von hinten kommen das ist gut der mitte zurück ich komme von der seite ich komme von der seite da ist auch kalari geschossen im penner was macht die denn für mich also die sind direkt auf mich gegangen ich hatte keine chance jetzt schaffe ich es nicht das schaffe ich nicht oh jetzt holte alle los ulti rennen irgendwas ich bin lowlife die machen mich lange was ist denn wo wart ihr alle weg alle ich war als wäre ich jetzt nicht weggegangen dann wäre ich auch down gewesen warum gewinnt jetzt die ganzen teamfights wieder auf einmal was ist jetzt schon wieder los ich bin mal die kalari hat 10 1 alter die staubte ob es ab ist ja nur eigentlich die macht aber nichts im dmg wo das heißt jetzt machen die den tower muss er jetzt nicht eine klappe halten können mit den tauren ja doch nur physische rüstung drauf einmal 66 88 das ist doch nichts alle das das durfte aber gar nichts bei kalari bringt gar keinen widerstand die das das müsste im winde verwehr auch bei krux weiß weiß der krux der hält alles aus der stadt in meinen geschütze den haben die sensiert alter werden der ist dann auch eine helfe der hälfte der energie noch wo gehen sie jetzt eine rechts war scheiße ich bin schon da na wo ist schon da ich bin in der mitte jetzt ich muss müssen das kommt aus mir in der mitte die wollen das ist noch nicht gelaufen der tropft ist noch nicht gelutscht hier ne ne um gutes willen die sind ein bisschen zu übereiflich die jungs das recht sich gleich ich bin so mal gerade so rechtzeitig gekommen hier ist es gestellt er kriegt doch alles bei mir hier irgendwo einen busch neben mir rechts zwischen uns also zwischen euch und bei mir irgendwie ist gerade rante gelaufen ok ich glaube dass er mich vielleicht von hinten ziehen will irgendwie auf der seite so hässlich da kommt er da ist er teuer ah ok oh da kommen sie zu zweit zu dritt zu dritt da kommt die ganze kommen alle ah gut dass die kommen da kann man machen die mal ein bisschen drücken die mindestens kommen zu viert die sind jetzt auch wieder gut zusammen die machen sich so zusammen oh jetzt leckt es grad wie sau hier was ist nun los ich glaube die wollen jetzt noch gänken ne ich hoffe jetzt nicht mehr so oft splitten jungs das bringt nichts immer wenn wir das gemacht haben haben wir am Ende verloren mitte kommt schon mitte kommt rückte kommen sie alle kommen sie alle nein nicht drauf einlassen jetzt alle jungs ja ja da waren wir angegriffen ne ich bin hier ich pass auf dich auf da ist da ich bin weg das legt bei mir grad die sau ne auf einmal kalari guckst du dir an da kommt sie rein stammt mich kurz n haupt so ein scheiß Messer da weiß das kann man hier haben bist du nice der richter ist im jungle der ist links in den jungle reingegangen ich glaube mal der hat mich gesehen und kommt zu mir ich steh nämlich oben in dem ding ins ist da ne da war schön blöde der zu dir kommt ich hab meine ulti wenn sie zu nahe kommen auch mehr in der strittung worauf auch auch noch zu viel das ist eine ulti naja oh scheiße muss er der mit zeitung kommst nicht aus der ulti aus doch ich hab ihn raus gestand jetzt hau ab hau ab geh zurück geh zurück ach komm ey ach komm ey das ist ja absolut ša queka lache mannt schon die ganze zeit macht die das immer wieder naja ach der kommt seit gewissen stauern recht zu stöten der läuft durchs zn ja der macht es gut der macht es gut der lasst es bloß nicht ziehen jetzt geil der denkt ein bisschen mit ne ja wir11 der macht es gar nicht so verkehrt Vielen Dank.